Ja, der Mann der Stunde, so darf man ihn definitiv nennen, Marcel Hirscher, erst ein super Lauf in Kitzbühel. Da hat es zwar nicht ganz für den ersten Platz gereicht, aber dafür gestern endlich den Rekord gebrochen. Hermann Mayer ist Geschichte als Rekordhalter, 54. Weltcup-Sieg in Folge. Wie geht es dir da damit? Ja, es ist natürlich wahnsinnig klasse, das erleben zu dürfen. Und es ist schon unfassbar, was eigentlich in den letzten zehn Jahren passiert ist. Und unterstreicht eigentlich die sechs Gesamt-Weltcup-Siege in Folge auch nochmal. Und von daher ist es schon wirklich, ja, das ist eigentlich ein richtiger Rekord, der, glaube ich, schon eine gewisse Bedeutung hat. Ich bin hier unten gestanden, im Ziel wieder am Ganslernhang in Kitzbühel oben gestanden, bis dann habe ich gedacht, jetzt packt er es, jetzt bricht er den Rekord. Hast du dir das selber auch gedacht? Warst du denn enttäuscht, dass es nur Platz zwei geworden ist? Nein, im Gegenteil. Ich war super happy. Das war an dem Tag wirklich mein absolutes Maximum. Ich war sehr froh, dass ich das überhaupt auf das Podium geschafft habe, weil der Tag war grundsätzlich nicht der allereinfachste für mich. Und von daher hat es dann in Schladming eigentlich perfekt gepasst. Was kannst du über den Lauf von Schladming sagen? Was war da irgendwie das Geheimnis des Erfolgs? Was hat in deine Hände gespielt? Oder besser gesagt, was hat dir auf die Ski gespielt? Ich meine, wir haben das Setup sehr gut getroffen. Für den zweiten Durchgang ist immer so die Grundvoraussetzung, gut Skifahren soll man nebenbei auch. Aber es war mega laut, es war mega Stimmung. Es war wirklich in dem heurigen Jahr, so wie es ich noch nie miterlebt habe. Also sagst du schon auch, dass die Fans dich definitiv unterstützen, wenn du merkst, dass du im Zielhang irgendwie die Bombenstimmung ist, alle für dich anfeuern. Wie viel Kraft gibt dir das? Nein, es ist wirklich eine Sensation und das Schwierige dabei ist, dass man cool bleibt. Man hört die Leute, man merkt es vorne. Wenn es in Schladming leise wird, dann weißt du, dass du hinten bist. Und von daher braucht es eine gewisse Erfahrung, würde ich mal sagen. In den ersten Jahren hat es mich ein paar Mal rausgeschmissen, weil ich einfach noch mehr Gas geben wollte. Und man soll halt halbwegs cool bleiben in dieser Situation. Was nicht ganz so lässig war, das war die Geschichte mit den Schneeballen. Hast du die mitbekommen? Nein, ich habe den Henrik dann gefragt, was los ist und habe mir das erzählt. Ich habe das selber auch schon mal mitgemacht im Ausland vor etlichen Jahren. Es ist wahrscheinlich das Unsportlichste, was es so gibt. Aber wollen wir jetzt nicht 50.000 Leute schlecht machen. Es waren halt einfach bei 50.000 Leute sind zwei Deppen dabei gewesen. Das war es. Aber trotzdem natürlich keine Geschichte, die besonders schön zum Anschauen ist. Der Hermann Mayer hat sich ja geäußert zu deinem Rekordsieg. Du hast ihn ja vom Thron gestürzt. Was sagst du zu seinen Glückwünschen? Hast du dich darüber gefreut? Hermann hat sich bei mir noch nicht gemeldet, aber Alberto Domba hat sich bei mir gemeldet. Und das hat mich mutig gefreut. Das war eine große Wertschätzung für mich. Und es war schön, vom Alberto etwas zu hören. Der Hermann Mayer hat es in einem offenen Brief getan. Unter anderem gratuliert er natürlich zu dem Sieg, hat aber auch darauf angespielt, dass das Glück bei solchen Siegen oft ganz schnell vorbei sein kann. Und er deutet da so auf seinen Unfall damals im Sommer mit dem Motorrad hin. Wie geht es dir, wenn jemand solche Glückwünsche öffentlich überbringt? Wie gehst du damit um? Ja, es ist natürlich tragisch, was damals passiert ist. Es war, glaube ich, schon wirklich der Motorradunfall sehr knapp an dem, dass der Hermann den Fuß verloren hat. Von daher, das wünscht mir natürlich kein. Und ich hoffe halt, so etwas kann er in einer Karriere schon immer ganz schön einen Schnitt machen. Aber grundsätzlich mit öffentlichen Briefen, ja. Ich würde mich mehr freuen, wenn ich persönlich etwas hören würde. Aber von daher weiß jeder jetzt Bescheid. Das hebt sich der Hermann Mayer wahrscheinlich auf für den Olympiasieg. Welche Ziele hast du dir für Olympia gesetzt? Keine großen Ziele. Ich meine, klar fahre ich da hin, um eine Medaille zu machen. Das ist gar keine Frage. Also zum Urlauben sicher nicht. Nur ist kein Wunschkonzert. Grundsätzlich möchte jeder Athlet, der dort an den Start geht, hoffe ich, dass er das will. Aber ich glaube schon, dass jeder Athlet gewinnt. Und von daher, es wird schwierig. Wenn es glückt, dann ist es mega. Wenn es nicht passiert, dann soll es so sein. Marcel, so kennt man dich. Sportlich immer total fair. Ich frage jetzt trotzdem nach. Dein größter Traum, wenn du es dir aussuchen könntest, was willst, abräumen alles? Oder gibt es dir irgendwas, wo du sagst, das wäre schon ein Sieg, den hätte ich so richtig, richtig, richtig gern? So der Traumsieg schlechthin. Ich sehe ein Lächeln. Nein, weil ich so nachdenke und sehr dankbar bin für das, was ich eigentlich gewinnen habe dürfen. Weil das ist eigentlich recht. Nein, nicht recht, sondern da ist alles dabei, was ich gewinnen wollte. Ist vielleicht gerade diese Bescheidenheit das Geheimnis von deinem Erfolg? Wie stärkst du dich mental? Weil ich meine, der Druck ist ja nicht nur irgendwie der sportliche, sondern auch der geistige. Man kann sich das ja überhaupt nicht vorstellen als Amateur, was das überhaupt bedeutet, da so einen Hang runter zu rasen, die Erwartungen zu erfüllen. Wie bereitet es sich mental darauf vor? Ich versuche halt, das schon wieder zu relativieren und nicht zu glauben, dass Sport einfach das Wichtigste ist im Leben, schon gar nicht von blau zu rot zu fahren. Und das macht das Ganze dann schon ein bisschen einfacher. Aber allgemein gesagt, Skifahren ist nicht das Wichtigste im Leben. Marcel, jetzt hast du mal einen Ball zugespielt, den muss ich nehmen. Das ist ja hoffentlich klar. Du hast gesagt, das Skifahren ist nicht das Wichtigste im Leben. Was ist es dann? Ganz viel natürlich private Geschichten. Auch die Gesundheit ist mittlerweile, wie soll ich mal sagen, so wie heuer, wo ich mit meinem brochenen Fuß auf der Couch gelegen bin, dann ist es halt relativ schnell vorbei mit dem Skifahren und mit dem Gewinner. Und von dem her fängt es bei den kleinen Sachen an, dass es wichtiger ist als wie von blau zu rot fahren. Ist da die Laura eine große Stütze für dich, dass sie immer an deiner Seite ist, gerade eben, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn man vielleicht irgendwie mal eine Verletzung hat oder so? Wie unterstützt sie sich da? Ja, logisch. Also Partner sind meist, hoffentlich in den meisten Beziehungen große Unterstützung und das beruht hoffentlich auch auf Gegenseitigkeit. Und da ist man schon froh, wenn man dann wirklich seinen Partner an der Seite hat. Also ohne Laura nach Korea würde es nicht spielen, oder? Nicht ideal. Jetzt kommt eine absolute Lieblingsfrage irgendwie so. Dürfen wir uns vielleicht irgendwann mal so auf den Nachwuchs im Hause Hirscher freuen oder so Familienplanung für die nächsten zehn Jahre ausgeschlossen oder für die nächsten zehn Jahre drinnen? Ich halte es eh schon ganz allgemein meine neugierige Frage. Nein, in den nächsten zehn Jahren kann es schon sein. Also das heißt vielleicht neben der nächsten Kristallkugel? Da bin ich schon 38, ja, ja, da müssen wir schon. Na, immerhin kann man jetzt einmal sagen, Babywunsch im Hause Hirscher in den nächsten Jahren. Ja, genau so macht man Schlagzeilen. Nein, eine letzte Frage habe ich noch. Matthias Weigner, Best Buddy? Ja, es ist schon faszinierend für mich. Vor allem habe ich den Matthias doch auch in schwierigen Momenten mitverfolgen dürfen, wie hart der Mann gekämpft hat für das, was er jetzt erreicht hat. Es ist für uns eh nicht nachvollziehbar, was es heißt, 9000 Kilometer durch die Wüste zu fahren und jeden Tag wirklich sein Leben zu riskieren. Also das Skifahren ist wirklich ein gemütliches Sport dort. Und ja, faszinierend. Also für mich wirklich, was der Mann da leistet, mein Sport des Jahres, das ist kein Scherz. Dann sage ich herzlichen Dank für das Interview. Du bist natürlich weiterhin unser Star des Tages und wahrscheinlich auch von Olympia. Wir halten dir fest die Daumen. Gibt es drei letzte Abschlussworte oder zwei letzte Abschlussworte, was du dir wünschst für Olympia? Drei Worte darf ich nur sagen. Du darfst auch gerne mehr als drei sagen. Nein, ich hoffe natürlich, dass der große Traum wahr wird. Und wenn es nicht so sein soll, dann darf es mir nicht allzu besser sein. Das werden wir sicher nicht sein. Marcel, tausend Dank. Ja, mit diesen schönen Abschlussworten gehen wir zurück ins Studio.